Ja... Ja... Hast du ein Landspack nicht dabei? Ja... Banane, so... Zitzen Pizzer noch... Unnode, ganz ganz wichtig! Das geht nicht laufen hier auch so schnell! Geht halt nix über ein g'scheites Fußball! Weißt du warum das ist schnell genau? Der hat auch nicht... Man weiß nicht mehr wie es euch geht, aber... Aber ich bin halt mal g'schwing zurück nach Freiburg, ja? Ja... So ein bisschen war! Das hat dann schon was! Hör sich! Was habt ihr vorgenommen? Für die kommenden Saison? Also grad nach dem gestrigen Spiel gegen Italien, ich weiß ja nicht, ich bin... Ich muss da noch, ich muss da noch... Ich muss da noch ein bisschen runterkommen, ja? Jetzt haben wir hier zufällig... Geheißt von alleine, diese Trainer... ... dieser Mannschaft... ... die Sportstellung vom Sport zu Freiburg! ... und Ils haben uns zu Höhen... Alles Gute, ganz Gute ... ... und also neue Filo... ... die FreIndo! Vorsicht, bitte. Sie können ruhig durch. Das ist mir doch egal. Mir ist im Moment alles scheißegal. Aber hier fängt man doch wieder besser wie unterwegs. Das war in folgender Reihenfolge. So wird es später auch auf der Bank nochmals... Nichts falsch, nicht mehr greifen, mir riechen die Karten. Nichts falsch, nicht mehr greifen, habe ich doch irgendwas damit falsch gemacht. Die Menschen, die jetzt da stehen, haben jetzt gerade den Vorschlagspieler. Oh, dann geht es jetzt hin und hier geht es wieder raus. Das war Chaos für Mann. Wir sind uns so. Wollen wir es zusammen machen? Die Mannschaft der Westen, die Freiburg begrüßen und natürlich das neue Trikot vorstellen. Und zwar das Ausweich-Trikot. Wir begrüßen mit das hier. BAK! 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 BAK!